Hey Gamerinos, ich bin es Marc, der B-Mac. Neue Woche, neues Glück. Ich weiss, ich habe noch viel versprochen. Jetzt gibt es gleich mal wieder Fifa-Videos. Es gibt jetzt auch mal ein Overwatch-Video, sobald das neue Update draussen ist. Ab heute kann man ja PTR spielen, die neue Sombra, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das, wo man nicht so eine Skill braucht. Mal klar brauchen wir eine Skill. Aber ich habe dann mein Lieblings-Game, yeah, Hearthstone, Yasen, Karten spielen und wir spielen aktuell Tempo-Mage. Vor allem die Nerds, die jetzt realisieren, was es genau ist. Und nicht nur irgendein Scheiss-Tempo-Mage, nein, wir spielen das Deck, das Pavel noch hat, um zu gewinnen. Also das ist sozusagen, der ist Weltmeister geworden am Spiel und hat irgendwie weiss nicht wie viele Millionen gewonnen. Mit einem von denen, also mit dem Deck unter anderem hat man immer drei verschiedene. Und wir versuchen das jetzt total durchzudrehen und krasse Kombos zu machen. Ähm, ob wir das können, ich weiss es nicht, die Karte ist schon mal scheisse. So, ich bin motiviert, ich bin total motiviert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie motiviert ich bin. Das ist so eine Motivation in mir drin. Heieiei, und wir haben als erstes einen Scheiss-Dreck. So. Und er wird jetzt wahrscheinlich nichts machen. Er ist eingeschlafen. Jetzt redet er noch mit seiner Schwester. Ja, Wami kommt hier noch rein. Jetzt fragt ihr sich schon was läuft. So sehen meine Hänge aus, in meinem richtigen Leben. Du, ist der AFK? Was habe ich da wieder für einen Gegner? Das richtige mühsame, verdammte Soul-Golf. Fuck, ist das ein dummer Rüchscher. Für das musstest du jetzt 10 Jahre studieren. Vielleicht bist du ein Wichser. Dann mache ich gar keine Board-Controls. Wenn ich den bringe, dann hätte ich den Zack wegmachen und Dings bringen. Oh, das ist einer, der extra lange tut. Dass man sagt, ah, scheisse mich an, ich will nicht mehr. Vielleicht bist du einfach am Wichsen, man weiss es nicht. Das ist ein dummer Haba. Das ist ein richtiger Haba für uns. Also komm, ähm... Das ist mir eigentlich schon fast zu wichtig, ich bringe diese Kombo hier. Ja, leider für einen Tempo-Mage nie wirklich, was scheisse ist. Nie wirklich, äh... Zauber Sprüche gerade momentan. Ich habe einfach irgendwelche verdammte Minions. Das wird sich näherst... Ich komme noch mal raus. Das wird sich näherst ein Ding ändern hoffentlich. Ich muss irgendetwas, ich muss irgendetwas bringen. Gut. Das ist weniger gut. Ah, die Lachso. Das ist so... Boah. Boah, bist du scheisse. Ich hasse dich. Mach endlich, du Wichser. Ah, ich möchte mein Gesicht schiessen. Wirklich. Holy shit. Ist das mühsam. Ohhhhhhhhhh. Na, ich werde ihn nicht mehr da. Okay. Ich bin gut. Ich hasse es. Das ist aber nicht so schlecht. Mal schauen, was das im Portal ist. Kommt mal mit dem, ist doch gut. Komm, halt mal noch ein bisschen. Ja, das kann natürlich je nachdem super geäbig sein. Jetzt habe ich auch endlich ein bisschen Zaubersprüche. Ich kenne den Tings Schurken zum Glück. Also ich kenne zum Glück die Schurken. Nein, ich kenne zum Glück. Das ist echt mühsa. Ja, ist gut. Nimm doch noch alles, was du willst. Hast du eigentlich überhaupt selber Karten, du Idiot? Ähm. 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 Was soll ich noch tun? Ähm. Die Combo. Ähm. Ist ja irgendwie schon geil. Wie es Firelands Portal für Jette. Äh. Für ein Minion, wo... Natürlich. Jetzt sind participating. Alright. Ok, er verjätet, er verjätet das, ok. Ok. Gut, ähm. Das ist ehrlich. Seid ihr mein Meister. Ok. Ok. Ja, gut. Ähm. 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 Warte mal her. Komm. Ich muss ein wenig Druck machen, solange man den nicht wegnehmen kann. Ich weiss jetzt nicht, was er bringt. Ein Zeugzeiter. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er den K-K-K-K-Katun. Wahrscheinlich. Also, muss er fast, ja. Ähm. Lasst uns zaubern. Ja. Das müsste nicht liegen, oder? Ja. Säge Selu, gell. Ja, seluuu. Und gewonnen. LUTO. Ha. Ein vähän geflucht, aber es hat etwas gebracht. Man konnte sie K-K-Katun mit einsetzen. Level 17. Wow, wow. So. Ich hoffe es hat mir gefallen. Ich bin zu müde. Ich gehe schlafen. könnt abonnieren auf dem super emblem scheiss da und jetzt geben mir rein ich hoffe es hat mir gefallen könnt abonnieren könnt freude haben eurem leben ihr wisst der markt dabei ich bin nicht mehr gescheitert